Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wahlheim. Mit dabei ist natürlich immer noch Ragoon. Hallo. 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 Oh cool, ich habe eine Blatt bekommen. Super. Oh ja, ich bin auch auf 10 jetzt springen. 10 springen. Echt? Siehst du irgendwo? Ja, das taucht immer da oben links unter der Leiste da auf. Okay, ich spring jetzt auf 8. Ich habe auch auf 10. Ich spring zu viel. Okay. Was machen wir? Ja. Ein Regenschirmbast drin, glaube ich. Wir müssen jetzt mal wieder in ein Spiel reinkommen. Das letzte Mal, was wir gespielt haben, war gestern und wir wissen schon gar nichts mehr, weil wir unter Alzheimer leiden. Nein, keine Ahnung. Ja, Alzheimer. Das ist ganz schlimm. Das ist halt echt so. Oh, wir haben eine Kiste. Geil. Ach, mein Inventar ist aber auch voll wie Hulle. Da war was drin. Stimmt, Keule. Ja, Keule. Das geht ab, Keule. Oh Gott, ey. Boah, ich habe mir letztens in einem Film nochmal angeguckt, Bienenkönigin. Bienenkönigin? Nein, nicht der Bienenkönigin, ich habe eine Bienenkönigin hier drin. Ich habe mir den Film Bienenkönigin angeguckt. Ich habe mir das in einem Bienenkönigin angeguckt. Ist das ein neuer Disney-Film? Ja, die Bienenkönigin. Okay. Was kennt man noch? Okay, was machen wir? Du wolltest mir nicht jetzt erst mal zu Ende erzählen, was du für einen Film geguckt hast? Ach ja, stimmt. Da war ja was. Alter, was machen wir? Warte, wie hieß denn der Film nochmal hier? Der hat uns mit Philipp, wollte ich schon sagen. Ne, wie hieß denn noch? Was ist Philipp? Ne, Bill und Ted. Ach so, verrückte Reise durch die Zeit da oder so. Oh Gott, ey, ist aber auch, boah, ist. Das war cool. Ja. Du besuchst dich. Ja, da musst du aber auch echt abschalten mit dem Film. Das ist aber auch so. Boah, jetzt sind sie in der Zukunft. Sie vergöttern die. Warum? Das war jetzt einfach so random einfach. Oh, 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 nee. Voller Kanarisch. Oh Gott, ey. Warte mal, war der andere Spruch? Der ist mir noch nie eingefallen. Aus Granatenstahl? Ja, Granatenstahl. Oh Gott, ist das doof. Warte mal, also wo gehen wir jetzt eigentlich gerade hin? Ich, ich habe keine Ahnung, wie waren wir das hier und haben einen netten Spaziergang gemacht. Lass uns mal, lass uns mal zum Portal holen. Ich will das wissen, was da oben von 5, 5, 5, 5, 5. Oh, ich habe Sprinten level up. Wo, was für ein Portal? Drück im Eigtier oder? Ähm, äh, da wo der Boss, glaube ich, ist oder irgendwie so was. Da war doch irgendwie so was. Ich glaube, wir haben verschiedene Altare gefunden. Unten im Süden ist einer. Ach so. Im Norden ist, glaube ich, auch so ein Altar. Altar. Äh, ich weiß, aber du musst irgendwelche Opfergaben oder so darbringen. Ja, deswegen wollte ich mal gucken, welche Opfergaben oder was der, was der haben will. Warte, wo müssen wir überhaupt die gerade hinrennen? Wir müssen da lang, ne? Ja, wie gesagt, im Norden und im Süden haben wir irgendwo so ein Ding gefunden. Lass uns mal gucken, welche Opfergaben der haben will. Ja, bei irgendeinem, glaube ich, kann ich mich noch so grob dran erinnern. Stimmt ja noch irgendwie, man muss seinesgleichen jagen, irgendwie. Ha. Aber, keine Ahnung. Also wir haben ja schon, glaube ich, so ein paar Hirsche oder sowas gejagt und Wildschweine auch. Ja, wir sind ja nicht unseresgleichen. Ne, seinesgleichen. Achso, seinesgleichen. Achso. Oh, hier ist eine Hütte. Hier sind Bären. Ach ja, klar, muss man auch wieder was essen, ne? Ja, ja. Boah, ich bin wieder so voll. Ich habe... Meine Bäre ist am... Dingensin... Oh, hier ist die Kiste. Geil. Hier ist Feuerstein drin. Und die Sachen nicht mit Rechtsklick? Wie kriegt man die Sachen denn? Ah, mit STRG, okay. Da war... Ich habe Pfeile mitgenommen und... Okay. Aber eben, was steht da vorne? Hä? Okay, das ist ein Baumstamm. Ich habe da vorne steht einer mit dem Schild. Ich habe nur den... Das untere Ding vom Baumstamm gesehen. Was ist das denn? Achso. Aber warte mal kurz. Ich glaube, ich muss da eben was... Äh... Oh ja. So zerbröselt der Gegner nun mal. Da... Pufft. Ach, kommt doch. Guck mal. Mensch. Tschüss. Aua. Hast du eigentlich auch immer noch so Schwierigkeiten, die mit den Sperren irgendwie zu treffen? Nein, nein, nein. Nee. Keine Ahnung, du meinst. Gar nicht. Tust du sofort, ne? Ja. Warum sind wir eigentlich für zwei Minuten immer noch nass? Weil es regnet. Ja, aber warum genau zwei Minuten? Oh, den Stein. Weil wir immer nur zwei Minuten nass sind. Okay, danach sind wir so recht für trocken. Das ist gut. Wo war denn der Boss? Ist das ein Symbol da oben, wo wir gerade hinrinnen? Willst du den Boss machen? Keine Ahnung. Haben wir den Stein nicht schon vorgelegt? Weiß nicht. Kannst du gerne nochmal machen. Okay. Halt, Reisender. Höre meine Warnung. Du bist nicht der Erste, der hier erschien. Viele sind dem Ruf Odins gefolgt. Doch der Weg, der vor dir liegt, ist hart und gefährlich. Wenn dir etwas an deinem Leben liegt, dann solltest du deine Behausung in diesen Auen weit weg von den Bäumen errichten. Hüte dich vor dem Gehörnten und verschone die Seiten. Aha. Okay. Ja. Also irgendwie weit weg bauen und die seien irgendwie verschoben. Okay. Aber da wir das schon nicht getan haben, ist das sowieso schon böse, wenn überhaupt da ist. Guck mal, Schweinchen. Aua. Wildschwein. Stimmt, die machen ja Dämpfe. Ja. Oh, guck mal hier. Was war das denn? Ist das ein Feuerchen? Ach, hier war ein Mann, ne? Hier war unser erstes Lagerfeuer. Stimmt. Setzt euch hier ans Lagerfeuer. Ey, da ist immer noch Brennmaterial 8 von 10 drin. Krass. Aber sehr langes Brennmaterial. Hier. Hier war es gewesen. Gegenstand anbieten. Was will der denn? Was? Jage seinen Nachkommen. Dann müssen wir da noch Hirschfleisch drauflegen, warte mal. Ja, bestimmt. Äh, gebratenes? Ich habe rohes Fleisch, aber ich weiß, aber ich glaube, dass... Nichts passiert. Bei mir steht nichts passiert. Oh, warte mal, ich glaube, ich glaube, ich weiß, was wir gebrauchen könnten. Hm, ich habe Kürze gegessen. Ich habe im Inventar, sehe ich nämlich gerade schon von Wildschwein, nämlich eine Trophäe. Oh, das habe ich gerade in eine Truhe zu Hause reingeschmissen. Ja, aber ich glaube, wir brauchen hier bei dem hier dann, äh, eine Hirschstrophe hier bestimmt. Okay, dann lass uns hier schon hier an. Die müssen ja nicht so weit weg sein. Vielleicht brauchen wir ja nur eine Hirschstrophe hier. Okay, wir müssen hier schon hier an. Du hast den Bogen. Das ist richtig. Warte, ich höre da irgendwas. Was ist das? Eine Ente? Nein. Ich glaube, diese völlig unnatürlichkeit... ...klingenden Hirsche. Wo ist der denn? Ich höre doch irgendwas. Oh, komm hier. Ein Hirsch. Warte, ich habe gerade keine Ausdauer. Ich muss gerade Ausdauer generieren. Warte mal eben. Habe ich getroffen? Shit. Warte, Hirsch. Ich habe keine Ausdauer mehr. Nein, ich war dran. Nein. Ich habe auch keine Ausdauer mehr. Ich habe keine Ausdauer. Ich habe keine Ausdauer. Regenerier, regenerier. Da ist noch ein Hirsch. Da sind mehrere Hirsche. Verdammt. Da kommt ein Schwein. Das ist falsch mit dir, Schwein. Ich habe keine Ausdauer. Schon wieder so einer. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich habe keine Ausdauer mehr verpulgen lassen. Ich glaube, ich muss ein bisschen höher ziehen mit dem Pfeil und Bogen da vorne. Kann gut sein. Nein, nein, nein. Nicht abhauen. Du fängst an zu frieren. Soll ich fahren? Danken. Kommt bei dir auch gerade so eine bedrohliche Musik? Nee. Doch, jetzt. Habe ich getroffen? Ja, du hast getroffen. Da lebt bestimmt nur. Ach nee. Der bröselt. Haben wir bekommen? Ich habe nichts bekommen. Der Brot ist Fleisch bekommen. Aber vielleicht müssen wir die auch irgendwie herstellen, die Trophäen. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Hüllschwand-Trophäe her... Ich habe auch nicht mehr davon aus, du kriegst bestimmt so ein Ding. Irgendwann random von denen. Also müssen wir die dann grinden. Geh ich mal von raus. Lass uns mal vielleicht noch einen holen. Das müssen wir mal irgendwie gucken. Oh, Lufensheim. Dead, 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 dead. Der hat ja schon wieder kein Ausdauer mehr. Wo bist du? Hier oben. Seh dich nicht mehr. Ach, da. Hey, du siehst mich nicht, wenn ich rumschlöche? Doch, jetzt schon. Der vorne ist einfach blind. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Weil ich fühle mich meinen Arsch ab. Aber ich bin nass. Hat er denn irgendwelche Nachteile? Ich denke mal, wahrscheinlich verliest du schnelle Ausdauer dadurch. Oh, das kann sein. Aber ich fühle mich immer noch ausgeruht. Für eine Minute und 50 Sekunden. Super, ich bin schneller trocken, bevor ich nicht ausgeruht bin. So eine Anzeige habe ich oben auch immer. Sobald ich aufstehe, bin ich auch für knapp zwei Minuten ausgeruht. Und danach bin ich eigentlich schon wieder müde. Jedes Mal, wenn ich morgens aufstehe. Das ist von mir genauso. Der verkehrt die Zeit auch schon runter. Wie ist denn? Hallo? Ja, jetzt sind sie alle weg. Ich höre die doch vor mir. Ah, warum bin ich denn da? Ausdauer. Ah, stimmt. Aber das kannst du auch im Hocken machen, ne? Du brauchst dich ja dann einfach nur nicht bewegen. Ach so. Einfach stehen bleiben in der Hocke und dann rennig gehst du auch. Verdammt, hier sind die Schweine. Die Schweine. Das sieht immer so aus, als würde ich irgend so einen Streuschuss machen. Na klar. Ehrlich. Ach hier, der Schweine. Da vor mir. Komm, hab was. Nein, Schweine. Bleib stehen. Aber bekommen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich weiß nicht. Ja, ich nicht. Ja, dann sammelst du das ja ein, weil du bist ja ja nicht dran als ich. Ja, ja. Wollte ich jetzt bekommen. Oh, von mir. Nein, 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 nein. Nein, das verschwindet nicht in deinem Baum. Nein. Nein. Du soll doch einen Schaden bekommen. Ja. Moment, der hat aber auch eine Krone. Da ist ein Grunder. Ja, der hat nämlich eine Krone. Achso. Der hat eine Krone. Der ist heilig. Der ist ja schön. Verdammt. Oh, nicht ab. Oh Gott, ich muss auch sagen. Das dauert. Siehst du den noch? Ja, der ist hier in diesem Steinkreis hier lang gelaufen. So, nicht so schnell verjagt er nicht. Der hat bestimmt so ein Ding, weil der so ein Sternchen hat. Ist noch einer. Ja, aber ich laufe den immer noch hinterher. Ich treibe den richtig. Ach nein, der läuft richtig im Wasser. Nein, bleib hier. Scheiße, der ist so hektisch hier. Scheiße, wo ist der hin? Da ist er. Da ist er. Ich versuche den zu bekommen. Ich versuche den anderen noch zu bekommen. Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Okay. Brauch keine Ausdauern mehr. Spende. Ich habe kein Interesse an dir. Guck mal, da sind so komische Gräuelinge da, wie die heißen. Wird das Vieh hier auch irgendwo müde? Okay, ich habe was bekommen. Echt? Ich habe einen Hirschstroff hier bekommen. Oh, sehr gut. Okay. Soll ich den da trotzdem noch? Ja, wenn du den auch kriegst, dann. Ich habe schon mal was geiles. Soll ich das Vieh noch kriegen? Ich weiß auch nicht, wo du bist. Kann ich dich sehen irgendwo? Ne. Keine Ahnung. Kann man sich eine Gruppe einladen? Das kann ich knicken. Ne, finde ich nicht mehr. Warte mal, andere Spiele sichtbar machen. Wie denn? Auf der Karte. Also wenn du innen drückst. Ach da. Ja, habe ich. Ach, da bist du. Okay. Ja. Okay, dann lass nochmal zum Altar jetzt zurück. Ja, wenn du noch weißt, du lass es. Ja, dann siehst du ja auf der Karte. Ja. Wie lönst du? Ich muss aber erst nochmal meine Himbeere essen. Jetzt ist eine Himbeere. Ja, der ist satt. Ja, reicht doch auch eine Himbeere. Ich wünsche, das wäre bei mir auch so. Ja, ich esse auch nur eine Himbeere. Das reicht mir auch dann. Eine Himbeere am Tag und ich bin satt. Ja. Eine Himbeere am Tag. Na ja, bei mir ist der ein bisschen mehr als eine Himbeere. Manchmal isst du auch noch einen Pilz und ein Stück Fleisch. Ja, stimmt. Das geht ja auch noch. Ja, du kannst mehrere Sachen essen. Der braucht eine ausgewogene Ernährung, der Junge. Ja, eine Himbeere und ein Pilz ist so ausgewogen genug. Ja, das muss reichen. Das reicht für den Tag. Ja. Bisschen schade, dass die Musik hier einfach aufhört. Waren die eigentlichen still kontinuierlich Musik? Ja, bei mir eigentlich auch. Aber, ja, manchmal ist er da und manchmal nicht. Du Gräuling. Ich habe den Schaden blockiert. Und ich treffe dich nicht. Oh. Blockerfähigkeit kann man auch verbessern. Was, wie? Ja, ich habe mir ja ein Schild gemacht. Oh nein. Komm, greif mich an. Der hat den Feuerchen top, da gehe ich noch mal kurz hin. Irgendwann sind es Wind oder brä. Na genau. Irgendwann sind wir soweit und dann können wir ein Schildwall bilden. Genau. Schildwall. Schildwall. Uh. Du stehst ja hier am Feuerchen. Okay, bist du da? Ach, da unten. Ja, ich habe nur mal kurz hier. Du fängst an zu frieren, weil da stand, wo dir das kalt ist. Ich habe mich kurz an Feuer geschüttet. Ach so. Aber ich taue mal eben auf. Tau nur auf. Tau nur auf. So. Inzwischen seid levelig. Morgenliches Hüpp-Training. Okay, ich bin gespannt. Ja. Opfergabe unvollständig. Hier Strophin. Eins von zwei. Ach komm. Wir brauchen zwei davon. Wir brauchen zwei davon. Hast du, du hast keine Inventar, ne? Nein, Leute nicht. Ich habe leider nur ein Wildschweine-Trophil. Aber vor uns ist doch noch irgendwas. Ich höre doch irgendwie jemand. Was ist der Brüsselte hier schon mal? Sehr guter Schuss. Hm. Moment. Ich habe es bekommen? Ja. Ich habe es. Okay, ich habe einen. Ja, sehr gut. Können wir ja. Wie kann man die Äste hier mitnehmen? War schon da gerade. Hä? Ach ne, Steine. Ja, wahrscheinlich. Versuchen wir zwischendurch ein bisschen was einzusammeln, wenn ich hier rumlaufe. Tag 9. Ja, sollte ja eigentlich was so sein. Ich bin gespannt. Oh. Das wird uns doch gleich umbringen. Das sehe ich jetzt schon. Was passiert hier? Alter, was passiert da hinten? Ja, ja. Lass uns mal den Boss machen. Hm, hat er gesagt. Äh. What? Mit der verlupten Hose und verluptes Hemd. Alter, was? Aua. Alter, der kann Blitzen schießen. Der cheatet. Ja, ist klar. Aua. Ja, mein halbes Leben ist schon weg. Oh, der ist auch. Hilf mir. Ich hab keine Ausdauer. Ah, ich hab den ausgedrückt. Sie stören, warum? Der kann ja nichts mit anfangen, denn was ist das denn? Oh, verdammt. Na klar, es geht doch nur Unterstützung. Wie, der kriegt Unterstützung. Ja, die, 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 die. Aua. habe ich irgendwas zum essen würde natürlich nicht du kannst nicht einfach in so ein boss verdrängen ohne essen das ist ja alles gefährlich naja man geht natürlich auch ohne ausrüstung dahin der schießt du wieder ich habe mich mal verhindern ich weiß nicht wie viele fein ich nur kann er kann ich habe ich ja ausdauer um mich zu verteidigen das wäre so ein ausdauerkampf hilfe was sehr gut ich habe keine ausdauer mehr auch die attacke hilfe und wort sich nicht gelenkt er lenkt mal kurz ab kann ich kann ich mir nicht zwischen die pfeile erstellen das auf der schief wieder ich habe jetzt nicht ich muss mich halten ich habe noch vier punkte ich habe lange wollen kann ich springen ergänzt die ausdauer scheiße und daher ist das schon mir hinterher lauf ich weiß ja nicht wie viele feindlich nur und es will um diese uhr der wenn er mich noch einmal trifft wie ich tot warum habe ich auch kein gebratenes fleisch mehr ich hätte gebratenes fleisch geben ja aber wir sind das machen er kommt auch schon wieder ok wir teilen uns auch ich kann ausdauer daneben nein nein hatte ich denke ich habe die nummer geschlagen ich habe ein ausdauer mehr für den pfeil aufzuladen ach komm schon nein nein im gt überkühlt den wald rum du hast ja schon wieder voller pfos boah ja ich muss nicht komm her du Vieh aua shit wie viele pfeile habe ich denn noch 13 da ist noch ein da ist ein pfeil im stein vielleicht können wir ihn wiederholen ne ok ok packen dann scheiß aoe attacke da ja ok ich habe kein ausdauer nein ich bin tot ja ich bin sofort weg scheinbar aber ich habe den mann sperren noch in den koppelknall den müsstest du doch jetzt auch hier ist dort kannst du wieder herkommen er muss daher dahin laufen ja und das explodiert ach man aber was willst du denn hier willkommen aufstehen du wirst noch nicht fertig krieger ach so das hatten wir schon mal ok völlig nackt in Unterhose muss ich kann ich aber auch nicht äh ne kann ich auch nicht wiederbeleben mhm mhm der Rabe ist da ok uh ich warte hier so lange auf dich ja ich komme ja ist aber echt schön hier Grasland ja ich habe natürlich nichts mein Gott war das so ein weiter Weg ne warte mal wo bist du denn ach da kommst du an na ich seh dich wir müssen zwischendurch nochmal gucken was dir jetzt hier abgeworfen hat weil er hat ja die ganzen Bäume immer kaputt gemacht ja stimmt ob man davon irgendwas bekommt ja krass dass wir es so geschafft haben ey klar was hast du denn den Boss schaffen wir nicht ey easy mhm ich habe ja noch einen Pfeil ich wusste gar nicht dass ich zu viele Pfeile habe ich glaube du machst auch 10 Stück irgendwie wenn du die einmal herstellst achso guter kann sein so wo liege ich denn siehst du dich da liegen ach da ey man ey kurz vorm Ende wirklich hm ja der hat noch zwei Pfeile gebucht halt so also ich habe bekommen äh Eitür Trophäe dieser abgetrennter Kopf herströmt eine große Macht bringe diesen Gegenstand bei den Opfersteinen als Opfer an Opfer da ah achso ich glaube wir müssen so einen Opferstein entnehmen ja äh nur noch eins kann ach ne hier ist er ich habe einen Speer gefunden ok bei dem habe ich den nämlich auch noch reingedrückt reingeworfen hast du ja einen Raben nein ja man müsste der Raben Glückwunsch Krieger gäre mit deinen Wächter Trophäen zu den Opfersteinen zurück und bringe den Götter dein Opfer damit diese dir wohlgesonnen sind ok dann würde ich mal sagen ja gut dann gehen wir da mal hin ja dann drücken wir dir mal die 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 Dinger hin ich hoffe das zählt für uns beide geh ich von aus geh ich von aus oder für uns beide zählt mhm 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 da games ja momentan echt beliebt auf Steam also ja das hat für gestern ein ziemlicher Hit geworden ja weil er halt auch nicht so viel machen muss also du musst hier und da mal ein bisschen essen und so und ist halt nicht so drauf angewiesen dass er halt so viel machen muss das stimmt äh welcher Opferstein ist denn das richtige oh ich glaube hier äh der hier personiert Leute äh und wie mach ich das? ein Geweih aus Eisenberg ne achso warte mal ne an dem Opferstein geht er nicht an dem Opferstein geht er auch nicht an dem geht er auch nicht an dem auch nicht an dem auch nicht du kannst das nicht anbringen äh ja sehr gut das funktioniert nicht hier am besten echt nicht? und sie sind nicht an den Opferstein anwenden steht hier ne warte mal was sollte der hier eigentlich sein äh dann wird's also Berge umbauen können uns im Umflug klingen wie ein mächtiger Blitz seine Stimme tönt wie der mächtige Wind ja das müsste der aber sein und wenn ich dann die 7 drücke du kannst Eiktoferia nicht auf Opferstein anwenden was muss er mitmachen hä? äh ich kann nicht ich kann ein Ding davor schmeißen kannst du mir mal gucken muss man das hier in der Mitte anwenden? hä? was hat das denn gemacht? ich dachte das hast du nicht auf die hast du ja boah mein gott hast du nicht auf den Haken gedrückt? welchen Haken? ja ne hier hänger überall Haken Trophäenhaken ich müsste ich müsste perfekt an dem Haken drücken achso ich hab daneben gedrückt ich hab einfach auf den Opfer achso deine Fertigkeiten zu sprinten und zu springen sind verbessert Sprungausdauerverbrauch minus 60% Sprinten Ausdauerverbrauch minus 60% ja cool kraftaktiv ok ja geil der Rabe ist schon wieder ach stimmt willst du oder ich? willst du machen? dir wurde die Kraft von Eiktir gewährt verwende sie wenn du sie brauchst dein nächstes Tier befindet sich im dunklen Wald begib dich dorthin erkunde das Gebiet und birg die dort befindlichen verlorene Schätze und Rohstoffe der Uralte erwartet dich ein Böde ist da? ja ok nur Böde besuchen oh toll oh ne Böde aha da bist die Kraft aktiviert ok geil haben wir den ersten gemacht was macht die Kraft nochmal für den Sinn? äh wir haben beim Sprinten minus 60% Ausdauerverbrauch und beim Springen Sprinten und Springen haben wir minus 60% Ausdauerverbrauch kann man doch mal irgendwo nachlesen oder irgendwo? hm hm ich glaub nicht mehr hm gut für später weiß man dann relativ gut dann Bescheid ähm ok und dann sollten wir weiter im dunkel doch warte mal du drückst Tab ja ja dann hast du doch recht das ist dein Name da oben diese Leiste und dann hast du doch den Rahmen da das Rahmen Symbol Valheim Compendium und dann hast du wenn ich Tab drück achso ja rechts oben rechts das ist das Rahmen Symbol das Compendium drückst da drauf ja ach da dann hast du da eine Liste Aktive Effekte ach da sprung ausdauer oh das ist gut ok ja vielleicht sollten wir erstmal wieder zurück ja würde ich mal sagen ne und gucken ob wir vielleicht irgendwas herstellen können irgendwas neues oder so oder haben wir ja unten auch noch auf der Karte so ein Ding markiert so ein Portal Ding haben wir es genannt ist da noch irgendwie da war irgendwas ne ja und wir müssen auch irgendwie in den dunklen Wald als nächstes so eine Stunde geschrieben mal gucken ist das das Tier da wird wahrscheinlich der nächste sein ich bin König bin erster im Wald ich beherrsche die Tiere ich kenne ihre Pein meine Wurzeln wuchern bei Städten sehr alt ihr Fleisch ist mein Mahl ihr Blut ist mein Wein ok ok also der uralte ja ja dann würde ich sagen gehen wir erstmal nochmal zurück zu unserer Mütze und gucken was wir neues herstellen können rüsten uns aus dann gucken wir mal was uns sonst noch hier so in Wallheim erwartet deswegen falls es euch gefallen hat lasst gerne einen Like da Faragun vorbeischauen und bis zum nächsten Mal zu Wallheim tschüss 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 oh la la